Ja, hallo. Kann ich jetzt hier das Geothermalkraftwerk bauen? Geothermalkraftwerk. Äh? Kann ich das hier nicht bauen? Das verstehe ich nicht. Geothermalkwelle, Ressource Wärme. Brauche ich beide Seiten? Mal gleich mal gucken. Du musst es doch hier draufsetzen können, denn haben die Wärme, dann kann ich das... Junge Rekruten ausbilden. Eifer steigt. Unreduziert. Wie einem Kindersoldaten an. Eifer steigt. Wir können es nicht leisten, zippelig zu sein. Ich muss erstmal hier hin. Ich glaube, 200 Bausteine, die ich kenne für der... Gehe ich gleich hin. Oh Mann, ich weiß... Macht schneller. Hier kann ich jetzt dieses Geo... Kann das hier nicht hinsetzen? Was ist das für eine Scheiße? Ist die überhaupt irgendwo hinsetzen? Habe ich da irgendwas? Warum ist das hier in den Stadtwitz? Ne, ich brauche diese Quelle eigentlich. Geothermalquelle. Okay, wir bauen jetzt erstmal... So, diese Stadt braucht Behausung. Hilft? Hätte ich Bauteile, ne? Das regt mich so auf. Komm. Baue Behausungen. Äh. Ja, wir finden diese scheiß Bauteile, ne? Wird wahnsinnig. So, wir müssen hier hin. Ich weiß nicht, wie wichtig hier. Wetterlich. Wir haben diesen Bezirk drum komplett runtergewirtschaftet. Kriegen wir hier noch irgendwas an Ressourcen rübergeschoben? Es wird gleich kühler. Ne. Ich bin hier quasi... Bin ich schon am Ende. Geothermalkraftwerk. Funktioniert hier nicht. Das Problem ist, es funktioniert ja. Ich kann es ja nicht bauen. Da. Funktion Dampf. Braucht er nur die Dampfquelle? Oder sehe ich das verkehrt? Das ist ja das Problem. Das ist ja das große Problem, was ich hier sehe. So, hier. So, ist freigelegt. Heilsbrecher. Wenn ich jetzt... Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Ich kriege keine Fettungszeile ran, ne? Das Ding ist hier auch tot. Hartverbände. Ich habe keine Fettungszeile. Kann ich nicht. Expeditionen. Auch gerade nicht möglich. Die wirtschaften hier gerade meine... Wie kriege ich die kaputt? Zurückschützen. Das sind die nächsten, ne? Wahnsinnig, ne? Kann ich die Kontrolle... Will diesen Ort gar nicht mehr haben. Wie kann ich diesen Ort übergeben? Kontrolle übertragen. Ja. So. Das ist nicht mehr meine Stadt. So, bin ich dem Kram los. Gesamtvertrauen auf mindestens eintolerierbar erhöht. Minus zwölf Prozent. Gibt es irgendwas... Gibt es irgendwas... Äh... Gesellschaft. Kann ich irgendwas erforschen? Ja. Boah, Gefängnis ist mir egal jetzt. Steward, 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 Steward! Steward, Steward! Kräfte verbesserst heiß. Der Tag steigt. Okay. Ich kann diesen Bezirk noch nicht weiter aufbauen. Minus elf. Steward! Wir sind uns, Steward! Steward! So, das muss die Stadt geben. Ja. Müssen wir doch langsam wieder wohlgesonnen sein. Und... Okay, hätten wir das. Wir sind uns, Steward! Steward, du hörst uns, Steward! So. Wie baue ich jetzt ein Geothermalkraftwerk? Förderung. Braucht es von irgendwas... Bauteile. Hätte ich Bauteile. Die spielen hier alle schon wieder wilde Sau. Ist nicht geil. Bauteile. Ich habe keine Bauteile. Ich weiß nicht, woher. Für mich sind Bauteile hier echt... Kann ich keine Fabrik... Kann ich denn keine Fabrik bauen, die mir Bauteile... Produktion. Zehn Fertigbauteile und 40 Waren. Wiedergewinnungsra... Warum bin ich so blöd und baue diese Dinger nicht? Sparen wir da erstmal drauf hin. Oh, Vertrauen. Vertrauen. Oh. Sammvertrauen verachtet. Sind zurückgekehrt. Hier kann ich... Kann ich irgendwas machen? Oh, Teile. Kann ich irgendwas machen? Zum Beispiel... Hier könnte ich nur Londoner ansiedeln. Eißig Wachtrupps. Okay. Pum, 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 Pum. Pum, 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 Pum. So, wir müssen mein Vertrauen wieder hochbekommen. Ähm... Zeit läuft. Okay. Wollte schon sagen. Wirkschützen. Kloppt die doch. Sperrt die in Gefängnisse. Null Einkommen. Warum? Käse. Geh. Jetzt wieder einkommen. Erstmal müssen wir die Waren hochjagen. So, wir machen mal kurz Pause. Ich muss hier irgendwie ein Geothermalkraftwerk hinsetzen. Oh. Oh. Jetzt ist das letzte bisschen Kohle verkohlt. Julien. Förderung. Ich kriege ja keiner mehr ran. Oh. Ich kann nichts mehr bauen. Warum ist meine... Ist das so niedrig? Boah. Ey, kann nicht wahr sein. Das ist tot. Ja, das ist ja richtig. Vollkommen voll... Voll... Vollständig erschöpft. Ey, wo kriege ich das Zeug hier? Materialien sind erst mal nicht wichtig. Das ist... Das habe ich. Ja, ich bin gerade Sackgasse. Kann nichts mehr machen. Ich bin handlungsunfähig. Wie kriege ich das jetzt ran? Wie kriege ich das jetzt ran? Hä? Ja, Fertigbeuteile. Äh, wenn ich das jetzt... Sie hießen, sie war leer. Das ist abreize. Scheiße. Ja. Gut. Wir reißen jetzt erst mal... Ja, hilft dir erst mal nichts. Ich muss... Ich muss diese eine Fabrik bauen. Ich weiß nicht, wie ich die aufhalte. So, kriege ich eine Vertrauensfrage oder... Neudon ist gefallen. Wir versinken den Bürgerkrieg. Ich bin wahnsinnig. Mal gucken, ob er gesaved hat. Geothermalkraftwerk funktioniert zum Beispiel schon mal nicht. Das bauen soll. Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn stehen geblieben? Irgendem Bürgerkrieg. Warum? Okay. So. Hier, das geht. Ähm. Gesellschaft. Wachttürme. Arzneimittel, Entenschaft, Behandlung. Bepängniswachen. Frei. Geil. Singt deutlich. Keine Nachteile. Vertrauen sinkt leicht. Wir sind hier. Ah, Vollzugsanstalt. Warnung steigt leicht. Kriminalität sinkt. Deutlich. Ostländer. Ostländer. So, machen wir das so. Bis bald am Ende. Ähm. Wir müssen hier die Kontrolle abgeben. Wir müssen jetzt diese Spannung hier reduzieren. Das hat jetzt nichts gebracht. Ähm. Wir müssen Spannung vertrauen. Oh, meine Leute wieder. Okay. Das mit dem Geothermalkraftwerk habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hier kann ich das später wiederkommen. Aber. Zentralbezirk. Ich brauche erst mal. Ich muss jetzt clever handeln. Wieder Gewinnungsfabrik 10. Macht doch Warn. Hier 100 Arbeitskräfte. 180 Wärmemarken. Gehen. So. Können wir da ein paar Dinger rüberschubsen? Nee. Gar nicht fertig. Okay. Haben wir repariert. 20 Wachtrucks. Wieder Gewinnungsfabrik. 400 Arbeitskräfte. Wo holen wir jetzt 400 Arbeitskräfte her? Hier. Zack. Die Wiedergewinnungsfabrik. Oh, ey. Das ist auch nicht so geil gelöst, ne? Das Ding muss in... Wo muss das Ding hingestellt werden? Hä? Wo muss das Ding hingestellt werden? Das verstehe ich jetzt nicht. Wow. Ja, ich muss das doch endlich irgendwo hinbauen können. Wo kommst du hin? Industrie. Also in irgendein Industriegebiet. Steht schon was. Ich verstehe das gerade nicht. Wiedergewinnungsfabrik. Entsorgt fertig. Die entsorgte Fertigbauteile und waren verschieden. Ja, okay. Krankheit. Produktion. Ja, aber wohin? Die Frage ist, wohin? Das verstehe ich noch nicht. Muss doch irgendwo... Platz geben dafür. So, wir machen auch mal auf Pause. Ich biete mir halt gerade ein bisschen auf den Sender. So. Mir ist es auch egal, egal wo ich es hinbaue. Hier nicht, da nicht. Ja, aber wohin? Kann ich es mit einer Landschaft bauen, oder? Wie stellt ihr euch das vor? Ich verstehe es nicht. Ja, mit Zentrum. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß es beim besten Willen nicht, wie ich das bauen soll. Das ist einfach zu wenig. So, Wiedergewinnungsfabrik. Ja, wohin? Sag es mir doch einfach. Kann ich das nachgucken? Also Industriegebiet. Ich sehe, das wird mir gleich angezeigt. Oh, so, okay. Landschaftsziegewerk. Getriebener Wärmeverteiler. Okay, Logistik. Ist nicht der Wohnblock. Nahrung. Ja, das ist mir klar. Aber anscheinend. Ich kann es nicht verstehen, also. Ich verstehe es nicht. Okay. So. No, 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 no. Ah, wer haben denn? Niemand ist verhandelt. Tiefes Geothermalkraftwerk. Cyclingfabrik. Stimmt. Okay, wir müssen halt irgendwie Mittelweg finden. Okay. Geil. Mann. Gutbeiratssitzung. Ohne reduziert. Generator. Was ist das? Overdrive. Okay. Wiedergewinnungsfabrik. Wahrscheinlich muss ich dafür Fertigteilfabrik. Nicht das... Moment. Moment, Moment. Ich habe, ich habe, ich habe eine Idee. Also. War für mir ein Arsch voll Arbeitskräfte. Ähm. Das hier. 600. Ähm. Ich glaube, ich weiß, wo man das Ding bauen kann. Ich glaube, ich weiß, wo man das Ding bauen kann. Das Ding ist gleich tot. Da kriegen wir auch noch gleich noch was. Ich übertrage einfach das Ding. Brauchen wir denn noch? Okay. Warum nicht Fertigbauteile? Ich habe das echt versemmelt zu bauen, ne? Was mich jetzt gerade echt bisschen... Bisschen blockt, ne? Gesamtvertrauen erhöhen. Wegweiser. Wiedergewinnungsfabrik. 400 Arbeitskräfte, 90 Bauteile. Ach, weil ich die Forschung umgesetzt habe. Ei, nee. Das war nicht clever. Können wir aber erstmal... Wie haben wir denn hier? 400. Wie viel hast du jetzt hier noch? 13 Wochen. Ich habe eigentlich Kontrolle einfach. Und dann bin ich dem... Neues Zuhause. Steck ich nichts mehr rein. Ich stecke da nichts mehr rein. Also das ist mir zu blöd. Ganz im Ernst. Waren. Ich habe Vertrauen erhöhen. Beringfügigkeit. Allgemein Unterstützung. Rostländer. Okay. Was kostet mich jetzt so eine Wiedergewinnungsfabrik? Arbeitskräfte. Ich habe mir gar nicht angezeigt. Junge. Bezirkskämpfe. Wir fehlen hier eindeutig Arbeiter. Oh. Ich kann hier gar nicht bauen. Geil. Äh, Förderung. Nee, Industrie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe einen leeren Bauplatz, ja. Einen habe ich. Aber ich weiß nicht, wie ich die Wiedergewinnungsfabrik bauen kann. Das Fenster sieht man nicht, ne? So. Hier ist kein leerer Bauplatz. Okay, wir gucken jetzt mal, wo wir leere Bauplätze haben. Wir knallen jetzt einfach mal hier so ein Ding hin. Vielleicht kriegen wir einen leeren Bauplatz. Ich weiß es nicht. So. Vertrauen. Wir müssen Frostländer. Tagespunkt. Ich muss irgendwie Vertrauen hochkriegen, ne? Ansonsten war es das gleich wieder. Jäger aktiv. Ist das normal, dass das nicht weitergebaut wird? Was ist denn? Okay. Geil. Oder sch... Ja, ich komme. Ich will das jetzt erstmal wissen. So, ich mache jetzt mal ganz kurz Pause. Äh, Förderung. Was tut denn? Hier hat Arbeitskräfte. Ich meine, hier erstmal runter. Ich will das jetzt einfach nur wissen. Nee. Nee. Wir haben einen leeren Bauplatz. Also ich weiß nicht, wo ich es bauen kann. Also sorry. Ich weiß es nicht. Und, äh... Wir werden, glaube ich, auch gleich Gefängnisse bauen. Was wollen sie denn? Erkundungszeit sinkt. Okay. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ouuh. Oh. Wie geht's ... genau.